Äh, ich schau mal kurz Möd zu. Ja, ich glaube, Möd des Todes wird er jetzt aufstehen. Wer zum Teufel hat Möd umgebracht? Stand er doch noch auf meiner Seite während... Ach, niedlich. Braver Möd. Aber, mir ist scheißegal. Ich hätte ihn, ich hätte ihn nämlich, ich hätte ihn nämlich auch umgebracht. Ist das hier? Ein Zornstahl? Oriciel, da. Man braucht nur 30 Stärke für die Waffe, Mann. Achso, damit, damit du es auch als Magier benutzen kannst. Hier ist Gars Schwert. 85 Schaden. Sieht genauso aus, wie es bei Sörger wird, aber es ist bei weitem stärker. Und es ist auch stärker als so ein Schmetterschlag, oder? Hast du die Kruschkaroks, die auch verdammt stark sind, zur Info? Aber egal, ich habe meine Treue Faust, die ist noch stärker. Hallöchen, dich kenne ich doch. Was? Was machst du hier? Was machst du hier? Verkaufst du Waffen? Nur... Witzig. Aber egal, du bist ein Gartist. Ich verstehe es nicht, warum der so nett zu mir ist. Aber... Tod ist Tod. Oh Mann, hat der ne Menge geschraut. Ah, Bolzen. Ich mag Bolzen. Oh nein. Oh nein, komm schon. Vor allem, das wird bei allen Händlern so sein. Alter, wen bringen die denn um? Oh scheiße, ich glaube, die haben Karim umgebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Karim umgebracht haben. Nein, wie konnten sie das tun? Er war doch so ein guter Söden. Okay, war Söden, dann verstehe ich das ja. Aber trotzdem. Möt? Möt ist weg. Möt ist einfach weg. Okay. Ähm, Dings, Dings ist hinter Gittern. Stone ist hinter Gittern. Alter, es steht nicht hinter jedem... Hinter jeder Tür und dort ist... Keine Angst, Maron. Außerdem hast du hier schon alles ausgeräumt. Das musst du nicht noch machen. Jetzt rennst du erstmal runter und befreist Stone. Dann sehen wir weiter. Vielleicht ist er ja da unten drin. Stone? Okay, nein. Ähm, hinter Gittern, ich... Oh, hey, ein Schalter. Ich mag Schalter. Oh, hey, nee, nee. Ich mag den Schalter doch nicht. Okay, gut. Das war kein guter Schalter. Hey, die Tür. Links. Scheiße, ich kann die nicht knacken. Wie soll ich denn die aufbekommen? Es gibt hier nicht meinen Kerkermeister. Ich glaube, ich muss Gomez verprügeln. Nee, das ist... Ich glaube, dass man alle Türen nicht einfach aufbekommt. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel. Und den Schlüssel hat bestimmt Gomez. Und ich mag Gomez eh nicht. Und jetzt noch weniger. Also werde ich ihn umbringen. Ich glaube kaum, dass auch nur ein Gardist mir entkommen wird. Ich werde da nachher noch mal nachgucken, ob noch einer lebt. Und wenn ja, dann bringe ich ihn einfach um. Sollte ich mich aber an den Torwachen vorbeischleichen, weil ich habe keinen Bock auf Stress mit Torus, der unsterblich ist. Und da hampelt noch ein Gardist rum und versucht gerade ein bisschen zu trainieren. Obwohl er erstens keinen Lehrer mehr hat und zweitens keine Freunde mehr hat. Oh, scheiße, Arthur. Aua! Hallo, warte kurz. Oh, shit. Aua! Alter, lass mich wenigstens meine Waffe ziehen! Oh, Mann. Hm, seid so stressig. Dachtest du, dass du mit einem Ansturmschlag... Ach, verpiss dich doch. Vollidiot, stirb. Boah, ich habe schon wieder viel zu viel Leben verloren. Nee, das kann ich angehen. Ah, zu schwer. Beser, habe ich denn 350er her? Kann ich ja ewig saufen. Und vor allem, ich habe so viel Schrott jetzt. Das gibt es überhaupt nicht. Ich werde nie alles aufbrauchen müssen. Hey, Gardist! Hallo, wir waren mal Freunde, weißt du noch? Missgibord, stirb. Stirb doch! Ah, braver Gardist. Da ist tatsächlich Torus, aber es... Ich stecke ja schon die Waffe weg. Und schon sind sie wieder nett zu mir. Torus ist tatsächlich da hinten, aber... Ich hoffe mal, er ist nicht mehr unsterblich. Sonst habe ich ein kleines Problem. Egal, jetzt machen wir es erstmal auf dem Weg zu kommen. Zu kommen ist. Niemand? Oh, hey. Ein Weib. Ich mag Weiber. Was? Halt, warte! Ah, scheiße! Erwischt! Das Weib brauche ich nicht umbringen. Aber den Gardistin da! Das Weib kann ich eh nicht verletzen. Ich liebe es, das alte Lager aufzuräumen. Stirb, Omid! Er lebt noch. Scheiße. Ich habe ihn nicht erwischt. Dann stirb halt du, Balaam. Omid wird gleich wieder aufstehen und dann wird er ein bisschen rumpusten. Ach, kommt mir gar. Hier, Gardist, stirb auch. So, jetzt schießen wir Omid einfach. Der Armbrot hat... Ey, ey, ey. Du bläde Kubis-Sau im Weg. Nein! Elegant. Naja, okay. Die Frauen hier sind unsterblich. Danke für die Kochlöffel. War da oben nicht mal Zweigertisten stationiert? Was habe ich jetzt aufgehoben? Ja, den Bolzen, da der da drinsteckt. Ne, ich glaube der andere ist schon rausgestürmt und mir in die Arme gelaufen und hat sich anbringen lassen. Okay. Jetzt kommt das Gespräch mit Gomez, also jeden Moment. Ich werde aber von vorne auf ihn zulaufen. Okay. Da sitzt er und da ist ein Becher und ein Kerzenständer und Käse und ein Bier und Fleischwanz-Ragout und Wein und Besteck und ein Becher und ein Kerzenständer und Schinken und noch mehr Schinken und Brot und Käse. Und eine Schüssel und Becher und Wein und eine Wurzelsuppe und ein Schinken und ein Bier. Geil. So, der Tisch ist leer. Alles aufgefordert und gesoffen. Jetzt müsste ich eigentlich zu betrunken sein, um noch zu kämpfen, aber ich kann ihn trotzdem platt machen, weil ich zu gut bin für diese Welt. Hey, Gomez. Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestsäcke gewesen, die unsere Leute in der Freien in der Katze? Tja. Die Leute hatten kein Recht oder ein Teil. Ich habe diesen Ufo von Größenwahnsinn mit dir. Wie die Frau gleich ausschlippt. Es ist gut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm, von dir hier einfach aufzutönen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Sorge sprichst. So, so. Dann komm mal mit deinem Silligschwert. Ich dachte, du wirst mich töten. Gut. Mach das nicht nochmal. Hä? Ihr seid doch alle buggy. Oh, du tust mir weh. Stirb, du Penner. Irgendwas stimmt hier nicht. Egal. Okay, ich habe gelogen. Er hat kein Billigschwert. Und ich... ...hab keine bessere Waffe. Verdammt, ich...